So, ich warte noch mal ein bisschen. Ich hoffe, dass da noch was gesagt wird. Wenn nicht, Pech. Ja, lass uns einfach an die Arbeit gehen. Hier geht's lang. Oh ja. Heilungsblöbel, bitte. Oh, guck mal, der Arm. Er kann so noch, er kann noch nicht mal mehr schnell das runtergehen. Oh, da ist die, ist das die Eiche? Sieht fast aus, ne? Die müsse per se hier unten sein. Main Generators. Heilungsblöbel. Oh ja, bitte. Ich muss mich regenerieren. Oh, mir geht's wesentlich besser jetzt. Oh, danke dafür. Bringt nix. Hm? Ne. Gut. Wo ist mein Frachtgut? Hier? Ne. Vielleicht ist die Energie auch tot. Aber kann ja nicht sein. Warum senden denn hier die Lichter an? Muss ich etwa das Ding zusammenbauen? Mit einer Hand? Hier kann man nix machen. Von da kam ich. Da geh ich nicht hin. Da sieht's übel aus. Hier könntet ihr sein. Super, ne Batterie. Toll. Warte mal. Ich hab da ne Idee. Wir brauchen doch Strom hier. Ah, da ist ja mein Schatz. Ich glaub, die hab ich auch schon gesehen. Ist das das hier? Ne. Hier rein? Ne. Oder vielleicht hier? Ne, das ist der Elektrikraum. Ah, deswegen vielleicht auch die Tür hier. Deswegen hätte ich die Tür wahrscheinlich... Bitte nichts mit Blut oder sowas. Ach so, es ist nur ein Toter. Okay, dann... Shit. Ist das dann nicht sie, oder? Ich glaube, es ist das, was wir hier zu halten? Ja, das ist das, was wir hier zu halten? Das ist das, was wir hier zu tun? Eternity among the stars, remember? Die Leute in der Ark nicht wissen die Unterschiede. Wir können nur hier zu halten und wir nicht zu riskieren, dass der Ark nicht durch 5,000 m. von Bremsen-Berell wurde, und dann durch die anderen 100,000 m. von einer Atmosphäre-Berein. Will die Käsin stand all that pressure? Die Wahrheit sind nicht großartig. Katharine, sagen Sie etwas. Ich weiß nicht, was Sie denken. Ich werde es launchieren. Nein, es geht nicht so. Es geht einfach um es. Wir können es launchieren später. Nein, das war nicht das Problem. Wir haben es, um sie zu retten. Wir haben es, um es zu lösen. Hier ist es ein Terrarium, um uns zu sterben. Komm schon, Katharine. Es ist nicht so viel. Wir denken einfach um es, bevor wir die einzige Hoffnung haben, um es zu lösen. Nein, wir launchen es heute. Das ist mein Projekt, mein Arch. Es ist größer als das. Es geht nicht? Es ist nicht für Sie zu entscheiden. Wir sprechen über die Welt der Menschheit. Geh weg von der Arch. Ich nehme es. Nein, Sie sind nicht. Ich werde nicht, dass Sie das tun. Stop es. Guys, calm down. Geh weg von mir! Nein! Was hast du gemacht? Es war ein Aktion. Katharine, sprich mit mir. Katharine... Ach du Scheiße. Katharine. Hast du etwas gesagt? Es ist dir. Du hast ein Aktion. Was hast du... Oh. Du meinst Katharine. Nein. Es ist besser diesen Weg. Ich glaube, ich habe den Assemblies Platz gefunden. Was sehen Sie? Es ist wie eine große, öffnete Schelle. Eine Kugel, bereit zu verladen. Das ist großartig. Alles vorbereitet für die Arch. Auf sie. Oh, rein damit. So. Versiegeln und laden. Wie machen wir das? Wie hat sie sterben? Sie kamen in eine Kampf mit deinen Kollegen. Sie wollten nicht riskieren, die Arch launchen. Ich dachte, ich könnte es nicht durch die Atmosphäre machen. Sie haben mich töten? Ich bin sicher, es war ein Aktion. Herr Präsident. Sie wollten nur versuchen, dich zu lösen. Diese Schweine. Wie können sie mich töten? Katharine. Ich weiß, ich bin nicht eine einfache Person. Ich dachte nur, dass sie mich vertraut haben. Komm schon. Das mach dir nicht. Ich glaube nicht, dass sie hier noch ein Gegner rumlaufen wird. So. Habt ihr Freunde in Toronto, Simon? Eure Freunde? Es gab einige. Jesse. Sean. Kevin. Ich wollte immer einen Freund. Einen euren. Euren. Euren, du hast immer noch niemals anwesendethe. Ich werde dir Freunde. Eure Freunde. Eure Freunde. Und jetzt fühle ich noch schlimmer. Hm. Eure Freunde. Eure Freunde, wir haben noch nie mehr Zeit. Wir müssen nur versuchen. Wenn wir schüren, wir schüren. Wenn wir Glück haben, wir einfach geplant haben. Wir haben nur eine neue Chance. Eine ganze neue Ere. Mit dem Ork auf der Erde haben wir vielleicht ein paar Jahrzehnte von Kraft, um es zu laufen zu halten. Im Raum? Wir haben tausende Jahre. Zudem, aber ein verdammter Gämmel. Das war nie über Sicherheit. Es ist über Hoffnung. Ist das alles? Ich bin wirklich nicht so gut mit Schäden. Oh, hier geht's. Alle Systeme sagen, geht's. Locken und laden. Komm zurück und wir werden die Schäden. Falls ich die nochmal anders brauche. Äh, wo will ich jetzt hin? Nach oben. Mit dem Stumpf. Da haben wir Simon, macht ganz schön was durch mit seinem Körper hier. Obwohl, das ist ja nicht sein Körper. Das ist ja nur ein Cortex-Chip. Rauf montiert auf einer Leiche. Verbunden mit Struktur geht. Die wissenschaftliche Auszeige. So, Kefler, nehme ich dich jetzt mit, oder? Jetzt was? Jetzt, wir müssen nur die Schäden unter die Schäden und dann... Kaboom! Nichts, was du vergessen? Wie sollst du uns auf den Arck beherren? Wir müssen noch ein paar Schäden? Oh, keine Angst. Du hast nicht so viel zu tun. Du hast keine Schäden wie die Omega-Space-Gun mit deinen Händen. Du meinst... Es ist eine Pilot-Seite? Wie bei Omicron? Ja, und wir können es um dich zu verbrechen, an die Arck, während du den Arck operierst. Du kannst und so. Cool. Jetzt, zieh das Omnitool und plugge es in neben dem Sitz und ich werde dich zu den letzten Schritten guiden. Das war der Assembly. Ah ok. Dann ist das also eine Lebensform gewesen. Mehr oder weniger. Heißt das da liegen Leichen? Wenn es so ist, was heißt das Rote? In der Hilfssteuerung. Hm. Ich werde noch früh genug herausfahren. Launchstone. Muss ich wirklich jetzt hier nochmal durch? Oh. Toll. Ah. Mein Taucheranzug wird natürlich dann extrem nass von innen. Ja, das war ein Omnitool. Quadriere habe ich mal noch. Heilige Scheiße. Die Weltraumkanone. Das dürfte so eine riesige Magnetkanone sein. Sehr geil. Aber funktioniert sie noch? Das dürfte der Pilotensitz sein. Das dürfte der Pilotensitz sein. Oh. Ich werde nie mehr daran nahe. Ich glaube, du musst nicht. Nicht nachdem das Ende ist. Genau. Habe einen Seat. Nicht nachdem. Und dann kann ich ihn. Und dann kann ich ihm. Woh. Wie am ich zu arbeiten? Ich bin monge. Oh, ich habe das nie versucht. Aber Piloten sind notoriously leicht zu nutzen, also es sollte kein Problem sein. Mit Maustaste kann ich das also runterheben? Ah, ist automatisch okay. Ey, wie krass ist das denn bitte? Muss ich noch drehen oder so? Ne, muss auch noch mal schicken. Alter, wie cool. Nur noch ein Knopf? ... ... ... Was wirst du für dich erwartet? Ich habe mich nur gebraucht. Na gut, drücke den Button, wenn du fertig bist. Du bist okay? Ja. Es ist einfach verrückt, zu denken, was wir tun. Die Erde verbreitet. Das ist dein Gehirn, oder? Die Erde verbreitet. Hier geht's. No turn and back. Danke, Simon. Don't mention it. Das ist eine unglaubliche Sache, dass du getan hast. Und ich möchte, dass ich es empfehlen. 20 Sekunden. Was ist das Problem mit dem Upload? Just give it a second. Ich dachte, ihr habt eine bessere Bandwäge in der Zukunft. 10 Sekunden. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 3. 5. 5. 5. 7. 7. 7. 9. Ja, ich habe gesehen. Ja, ich bin froh. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ja, ich bin froh. Please don't leave me alone. Catherine? 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 Shit. Ich glaube, ich habe es verkackt, oder? Hurra! Ich habe das böse Ende. Glaube ich. Scheiße. Ich habe nicht alles richtig gemacht, glaube ich. Aber ich habe das Spiel durch. Ganz schön krasses Ende. Alter, ich dachte, wir wären jetzt wirklich auf der Arche. Verdammt. Aber ein sehr, sehr geiles Spiel. Also richtig cool. Zehn Sterne. Da hat ja einfach alles gestimmt. Gut, wenn es wirklich mehrere Enten gibt, dann weiß ich, was ich verkackt habe. Ich habe den anderen Simon in Theta stehen lassen. Da habe ich nicht den Stegger gezogen. Und ich habe noch eine am Leben gelassen, weil ich dachte, das wäre falsch. Shit. Gut. Naja, hol ich später nach. Es gibt dann noch andere Modis. Cool. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das Spiel jetzt durchkriege. wie der Land ist. Das war gar nicht, was ich über die Welt war. Ich habe nur noch Zeit gesagert durch. Ich habe keinen Fall. Ich habe nur noch Zeit in den letzten Jahren. Ich habe nur noch Zeit. Ich habe nur noch Zeit. Ich habe nur noch Zeit. Sehr geil. Gibt es noch eine Zusammenfassung oder sowas? Da wäre ich auch noch dankbar für. Bitte? Ich bin in einer Höhle. Toll. Ist das? Hat es funktioniert? Irgendwie bin ich... Ich habe keine Taschenlampe mehr. Was zum... Okay, laufen kann ich noch. Ich will aber gehen. Gehen geht nicht. Licht. Tageslicht. Oh, helles Licht. Na ja, nicht mehr so hell. Alter, wie krass. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich nehme alles zurück. Alter, wie episch. Wie krass. Was zum, was denn das? Kalibrierungsvermessung Version 03. Willkommen. Wenn Sie dies lesen, haben Sie es in die Archite geschafft. Diese Umfrage soll den Entwicklern ein besseres Verständnis ihrer subjektiven Erfahrung geben und wie sie ihr Wohlergehen verbessern können. Bitte fahren Sie mit der Umfrage fort. Wie würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Moment. Achso, das habe ich schon beantwortet. Ich fühle mich normal, natürlich. Wie würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Normal. Wie würden Sie Ihre Wahrnehmung... Achso, psychische. Wie würden Sie Ihre Wahrnehmung beschreiben? Normal, wie erwartet. Wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Es ist angenehm. Beunruhigt Sie die Tatsache, dass Sie nicht längere rein menschlich sind? Nö, ich fühle mich... Jetzt fühle ich mich gut. Wie nehmen Sie Ihre neue Existenz wahr? Es ist eine direkte Fortsetzung meines Vorherigen selbst. Finden Sie, dass diese neue Existenz ein lebenswertes Leben sein wird? Genauso wie mein vorheriges Leben. Möchten Sie lieber aus dem Projekt entfernt und Ihren Tod akzeptieren? Nein. Ihre Antworten wurden gespeichert. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Das Architeam. Okay. Haben wir mal eine Umfrage gemacht. Wie krass. Atompilz. Das ist aber extrem, ne? Mehr Sonne geht nicht. Oh, Gebäudesicht da hinten. Meine Fresse ist beruhigend hier. Okay. Wenn hier auf einmal so Monster auftauchen, ne? Dann ist Action. Dann habe ich richtig Angst. Wie ist die das? Catherine! Ich kann nicht glauben, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Na ja, wir haben es geschafft. Ich bin so entspannt. Es ist okay, Simon. Alles ist okay jetzt. Ja, wir haben es geschafft. Die Arche schwebt zu den Sternen. Ich bin so Jan am. Ich bin so als Versen. Ich bin so entspannt. Ich bin so viel gemeinhtheid. Und jetztons auf dem Wein. Ich bin so täält. Untertitelung des ZDF, 2020 Errungenschaft, das Ende Und wir sind wieder im Hauptmenü und wir können nicht mehr laden Okay, wir können doch noch laden, aber weiter gibt es nicht mehr Jetzt bin ich unsicher, jetzt weiß ich nicht, ob es mehrere Enden gibt oder nur ein Ende, aber cool Wirklich cool Sehr geiles Spiel, kann ich echt jedem empfehlen, der das noch nicht hat Ich werde es definitiv noch ein zweites Mal spielen Allerdings ist es ein bisschen verändert und ich weiß nicht, wie ich das machen werde Jedenfalls nicht mehr im Livestream Ob ich das jetzt... Ob ich da... Es gibt den WUS-Mode Das ist ein Modus, also eine Mod im Endeffekt für dieses Spiel Die den Schaden der Gegner reduziert auf Null Den möchte ich auch gerne nochmal spielen Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich da ein zweites LP draus mache oder ein Walkthrough Ich glaube, ich mache hier einen Walkthrough Muss ich nochmal schauen Abschließende Bewertung zu diesem Spiel, sehr geil Ultra geil, geiler geht es nicht Verdammt Ich finde es schon schade, dass das Spiel zu Ende ist Ich finde es echt schade, weil das hat Spaß gemacht Echt ein riesiges Lob an den Entwicklern Also die haben echt Glanzleistung gemacht Ja, das war Let's Play Soma Session 16 Vielen Dank fürs Zusehen Bye bye